Ja gut, was ist denn das? Und damit geht es weiter zur Welt von Blade & Soul. Ach, hier bin ich, genau. Das ist mein Schar auf dem Server.de Bambusdorf. Und ich bin dort, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Hier ist irgend so ein nettes Glücksbrett. Sieht so aus wie das Brett hier von dem täglichen Login, wo man immer drehen kann. So, da steht auch ein Anwärter rum und eine Saphir, ein Begleiter. Genau, es gibt, glaube ich, Begleiter, die automatisch looten. Nö, Moment, Quatsch. War das hier? Ich verwechsel schon die MMORPGs. Auf jeden Fall mache ich heute heiter weiter. 35 Freundeseinladungen, die werde ich dann annehmen. Sorry, falls ich jemanden abgelehnt habe. Das war nicht mit Absicht. Aber anscheinend gibt es dann einen Fehler oder so. Oder es ist aus Versehen passiert. Auf jeden Fall muss ich hier weitermachen. Kapitel Nummer 7. Ich bin Stufe 6 und es geht weiter. Nämlich mit dem zweiten Training. Hey, Grashüpfer, ich bin es. Sajun, wir sollten uns um euer Training kümmern. Es gibt im Banditenversteck einen Trainingsraum. Dort wird er auf mich warten. Da bin ich schon mal gespannt. Und vor allem, wo soll das sein? Hier Mojang. Hat nichts mit Mojang zu tun. Mit dem spreche ich noch kurz. So, der ist nicht sehr alt, sondern noch relativ jung. Das sagt mir neben seinem Namen auch sein Aussehen. So, und ich gleite jetzt erstmal ganz gemütlich zum Banditenversteck. Da ist es nun. Das Banditenversteck sieht relativ leer aus. Nö, da sind schon die ersten Gegner. Schwertkämpfer. Ich schätze einfach mal, dass ich mich da nicht vorbeisneaken kann. Kann man da ausweichen? Hat mich der jetzt getroffen. 85% Leben sieht wohl so aus. Aber irgendeinen Hechtsprung oder sowas zum Deutschen, das fehlt mir noch. Ich weiß gar nicht, bekommt der das? Vielleicht bekommt das nicht jede Klasse. Auf jeden Fall die andere Klasse, mit der ich gezockt habe. Die konnte sowas durchaus ausführen. So, wow. Ich dachte schon, ich wollte gerade sagen. Huch, denen konnte ich einfach entgehen. Das wäre ja ein bisschen zu einfach ge... Wow. Würgegriff. Hey, das kannte ich noch gar nicht. Den habe ich mir noch gar nicht so genau angesehen. Das ist ja mal heftig. Der Chi-Würgegriff. Moment mal ganz kurz. Was ist denn das hier? So, geht auf ein Ziel. Wirken sofort. Abklingt seit 5 Sekunden. Ist anscheinend ein wichtiger Skill. Durchdringen von Verteidigung und Parieren. Während Betäubungen auch verfügbar. Okay, Moment mal. Da war erstmal einiges drin. Charakterfenster hier ausrüsten. Jo, das sind nämlich neue Teile. Moment. Das ist noch hier gesperrt. Erfordert Stufe 7. Ach, deshalb. Okay, dann muss ich da noch ein bisschen leveln. Was war denn das jetzt? Und vor allem, was war die Distanz von dem? 8 Meter. Komm mal her. Den ziehe ich ran? Und kann mit dem machen, was ich möchte. Und dann Taste 1 ist noch irgendwas. Moment, das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Ah, doch. Bin ich jetzt ausgewichen? Nö, der trifft mich. Das war ein Rundumschlag. So, dann mache ich das nochmal. Wenn es denn verfügbar ist. Taste 4. Und ich will mir das dann flott durchlesen. Taste 1. Niederschmettern. Knockdown. Und dann kann ich ein paar Kombos hier starten. Sehr fein. Und vor allem, wow. Weil der Skill so oft verfügbar ist, dürfte das wohl ein wichtiger Bestandteil für meinen Charakter darstellen. Da kann ich mir dann immer einen rauspicken. Sagen wir mal, das sind dann 2, 3 Mobs am Start. Einen picke ich mir raus. Niederschmettern. Und dann Kombos. Oder ich picke den raus und ziehe den einfach woanders hin. Wir nehmen einfach die Mobs und ziehen sie woanders hin. Genau, so kann man das dann vielleicht im Gruppenspiel in den Dungeons machen. Jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich 3 auf einmal am Start habe. Das wäre nämlich nicht so fein. Denn das ist zwar noch der Anfang, aber... Obwohl ich immer nur einen Gegner nach dem anderen mir zur Brust nehme. Oh, das braucht auch richtig viel Fokus. So, obwohl ich mir immer nur einen Gegner nach dem anderen zur Brust nehme. Gehen meine Lebenspunkte ein bisschen down. Wie viel Fokus benötigt das denn? Oder wieso konnte ich das vorhin gerade nicht einsetzen, obwohl die Abklingzeit ready war? Doch, jetzt bin ich ausgewichen. Das ist so ein langsamer Berserker. Da kann man einfach, wenn man zur Seite springt, ausweichen. Aber sowas ist irgendwie Double Tap oder sowas. Mit einem Hechtsprung zur Seite habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht bekomme ich sowas. Ja, noch. Ich nehme dich erst mal. Und dann Bams. Nö, aber war doch kein Fokusverbrauch. Seltsam. Irgendwas hat da eben nicht so ganz funktioniert. Ich hoffe, dass das dann nicht zu actionreich ist für mich irgendwie. Also, ich bin komplett ein Noob in diesem Spiel. Und dann in der Arena ab Level 12 kann man Duelle machen. Ab Level 15, sorry, kann man Duelle machen. Und dann werde ich direkt mal vermöbelt werden. So, jetzt versuche ich den zu nehmen. Niederschmettern. Und in der Zwischenzeit mit dem anderen ein bisschen kämpfen. Ah, und der genießt die AOEs. Das ist praktisch. Also, wenn man zwei zeitgleich bekämpfen muss, dann eignet sich dieser Skill definitiv. Und warum hat der jetzt die Agro gezogen? Also, warum hat mich der gesehen? Was ist hier? Elite-Kämpfer. Ist es ein Boss? Soll ich den schon besiegen oder mal am Leben lassen? Egal, ich nehme den direkt mit. Ist ja nur einer. Vielleicht droppt der was. So, erstmal zur Sicherheit niederschmettern. Und dann müsste ich aber noch irgendwie eine Kombo-Fähigkeit... Wow! Eine Kombo-Fähigkeit raushauen. Stunnen. Am Boden. Und da fehlt mir aber noch irgendwas, wie ich das kombinieren kann, das Ganze. Wow, der hat schon ein bisschen Schaden ausgeteilt. So, Bällchen waren am Start. Aber was habe ich hier gesehen? Nichts verfügbar. Alles erst ab Stufe 7. Jedoch, jedoch, jedoch. War ansonsten nichts dabei. Erstmal sortieren. So. Und dann könnte ich mir mal so einen Buff gönnen. Er fordert Stufe 3. 30 Minuten lang die Lebensregeneration erhöht. Und noch was anderes. Und diese Uniform bestätigen. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ach, der ist das tatsächlich. Mann, wie genial. Mit Stäbchen. Ich meine, er kann es nicht so gut. Muss man herrlich gestehen. Aber das ist genial. So. Das Kostüm behalte ich einfach mal an. Sieht gar nicht so verkehrt aus, würde ich behaupten. Eine lodernde Schildkröte jetzt kommt schon. Gebt mir mal diese Schatztruhen. Da steht immer eine Kiste rum. Ach, Moment mal. Es gibt ja diese Schlüssel, aber hat das was damit zu tun? Öffnet die Truhe. Rechte Maustaste, linke Maustaste. Nö, da kann nichts passieren. Ich kann diese Kiste ja nicht mal anvisieren. Na gut. Dann auf zu... Wie heißt der? Hajun. Gesundheit. Mein Bruder. Da ist er. So, willkommen im Folter. Sagen wir Trainingsraum. Ja. Bin gespannt. So. Kombo Nummer 2 vorstürmen. Dann. Zweimal brechen. Hier auf die Puppe. 1, 2. Das wäre mal erledigt. Da soll ich diese ganzen Puppen erledigen. 1, 2. Nett, dass sich die Cooldowns hier immer resetten. Da habe ich anscheinend so einen Buff bekommen oder so. Links oben stehen die Buffs. Das ist zwar der andere, den ich gerade vorhin eingenommen habe. So. Gute Arbeit, Grashüpfer. Das will ich ja mal hoffen. Und was gibt es sonst noch? So, was mir gerade auffällt. Hier diese zwei Bällchen. Die zeigen meine Stapelung bei dem Buff an. Schlagt die Puppe. Taste 1. Und dann mit F Combo. Okay. Taste 1. Leertaste. Moment nochmal. Taste 1. Und dann mit der Leertaste. Was funktioniert denn mit der Leertaste? Da habe ich ja noch nie was gemacht. Oder ist das so wie in... Wo war das? In Terra. Wo die Combo-Fähigkeiten auch automatisch durchgeführt worden sind. Leertaste. Und dann mit F Stampftritt. Ah, okay. Das hat tatsächlich funktioniert. Ja, will ich doch auch hoffen. Denn du bist mein Lehrer in der Folter-Äh-Trainingskammer. Das war's. Warum kann der mir nicht mal ein paar mehr Moves beibringen? Gut. Eine Combo-Fähigkeit. Die war nicht so schlecht. Randstürmen. Leertaste F. Aber ich will ein bisschen mehr lernen. Also, das war jetzt meine zweite Klassenprüfung. Und nun werde ich das ausprobieren. Leertaste. Das hat aber jetzt hier nicht funktioniert mit der Leertaste. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Dieses Infofenster kam ja bislang nie. Nochmal. Also jetzt Randstürmen. Dann hat er mir gesagt, Leertaste. Was war denn das nochmal für ein Skill? Den ich mit Leertaste ausgeführt habe. Seitenhieb. Moment. Welcher ist der Seitenhieb? Sensenhieb. Das war's. Also Taste 2, dann 3 und dann F. Okay. So rum. Nochmal probieren. Taste 2, Taste 3 und dann F. Ah, okay. Gut. Na immerhin. Ich weiß zwar nicht, warum ich diesen Skill dort mit der Leertaste ausführen konnte. Vielleicht kann ich das in den Optionen einstellen. Weil man kann ja... What? Angstkätzchen erhalten? Was ist jetzt hier los? Wo muss ich den hintragen? Mund zu, es zieht. Auf jeden Fall. Das sieht doch auch mal gut aus. Moment. Wenn ich ranzoome, dass sich der ausblendet. Wo war denn das? Ja, genau. Bitte, bitte. Eine kleine Spende. So, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, also, das könnte man eventuell in den Optionen einstellen. Bin ich mir nicht so sicher, aber das würde sich danach anhören. Huch. Den habe ich erst mal verbrannt. Ah, ich soll die Kadaver verbrennen von drei von diesen Kollegen hier. Na gut. Taste 1, Taste 2 und dann Knockdown. Und ich kann dann zwar nochmal den Stampftritt durchführen, aber ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, ob man das tun sollte oder dann direkt mit Auto-Attack beziehungsweise anderen Angriffen weitermachen. Oder ich ballere den zu Boden und nehme ihn dann. Das könnte ich auch mal probieren beim nächsten. So, Blut, Zhangji, komm nochmal ran, ganz kurz warten, Cooldown, 1, 2, Knockdown, Nummer 4 nehmen, niederschmettern und bisher konnte er noch nichts machen und bevor er aufsteht, ist er auch schon tot. Ja, das geht dann zwar bei Spielern nicht so ganz, weil die können kontern und blocken und ja, das sind eben Spieler, aber zumindest bei diesen NPCs ist es ein bisschen, möglich. Was sagt ihr hier? Wir haben hier auch einen Ofen. Ja, aber welchen Ofen? Und Talismane, okay. Ein paar noch. So, nehmen. Ups. Dies, das. Achso, immer Taste 1. Ich klicke dann F. Das könnten sie aber auch mit F ruhig einführen, sozusagen. Na egal. So. Und dann noch zwei. Ja, und jetzt für die nächste Kombo fehlt mir dann aber die Cooldown. Das heißt, immer ist das natürlich nicht ganz so möglich, aber immerhin ein bisschen was lerne ich schon. Ist nur die Frage, bei dem Skill hier soll ich den länger nehmen oder einfach direkt zu Boden werfen? Hat das irgendeinen Vorteil? Na egal. Ich bin erstmal fertig. Sprecht mit Mojong und mit Umsoji. Wo sind denn die alle? Und was ist hier beim Bambus-Wachtposten? Oh. Okay. Ah. Das sind nun also die Teleporter. Sowas habe ich gesucht. Sowas habe ich ewig nicht gefunden. Einfach auf der Karte sogar bei der Minimap anklicken. Und dann bekommt man hier oder wird einem bisschen was an Kohle abgezogen. Und dann kann man dort ganz einfach hinreisen. Sehr fein. Da ich aber sparsam bin und noch nicht so viel Cash in the Tash habe, bin ich einfach mal gelaufen. Das ist doch diese typische Pose, die aktuell irgendwie jeder auf Snapchat bringt. Warum? Täglich? Boss? Oh. Eine Daily. Genau. Daily sollte man unbedingt machen. Wie in jedem MMORPG. Glücksrad. Erhalten von Glücksrad. Und da sehe ich so ein Vorhängeschloss. Er fordert Schlüssel. Gut. Dann wäre diese Frage nun auch geklärt. Quest angenommen. Dann hier beim jungen Mann abgegeben. Wow. Und Level 7. Was war mit Level 7? Mit Level 7 war folgendes. Da konnte ich nämlich ein paar neue Teile ausrüsten. Nummer 1. 10 Lebenspunkte, 6 kritisch. Bestätigen. In der Tat 10 Leben mehr dazubekommen. Und 10 Leben, 5 kritisch ist genau gleich. Moment, diese Icons zeigen mir wahrscheinlich schon an, ob das besser ist oder nicht, oder? Doch, das heißt vielleicht, ich trage das Teil. Ah, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe alles angelegt. Habe ich irgendwas bekommen? So Quest-Item mäßig. Flucht-Talisman. Und das war's. So, Angstkätzchen, nur Katze. Halt, wartet! Ich will auch noch. Ich muss den besiegen. So. Mal ein größerer Boss. Und da stelle ich mich zur Sicherheit auch direkt hinter ihn. Kann man die auch immer umwerfen und so? Und nehmen? Moment. Taste 4. Wird mal ausgegraut. Ja, das wäre zu heftig, wenn man so einen Boss-Gegner nehmen könnte. Da gibt es anscheinend Klassifizierungen von den Mobs. Und das ist eben so ein größerer. Und da kann man nicht alles mit dem machen. Darf ich da jetzt auch was nehmen? Talisman und zwei Essenzen. Sehr fein. Bekommt also nicht nur der, der den letzten Treffer landet, irgendwas. Sondern, da darf sich jeder ein bisschen bedienen. Wow. Klingentänzer Teil 3 habe ich gar nicht gesehen. Eine Nachricht lesen. Hey, Grashüpfer, wenn ihr diesen Brief hier lest, warte ich bereits im Trainingsraum in der Festung der Zwielichtnatter auf euch. Gut. Huch, wer ist denn das jetzt? Da besiege ich so einen Zombie. Plötzlich erscheint dieser Kollege, der irgendwie auch immun war. gegen meinen Würgegriff. So. Halsschmuck bekommen. Jetzt muss ich hier Richtung Norden. Aber dort ist leider kein Teleportpunkt. Genau. Ach so. Die muss ich erst freispielen. So sieht es aus im Schneckenhaus. Schätze ich zumindest. Ja, natürlich. Jetzt bin ich hier im Spähtrupp-Waldlager. Und der grüne Punkt ist verfügbar. Aber ich muss sparen, denn ich habe erst 51. Ich sage mal Kupfer. Okay, das heißt hier Bronze. Und einmal teleportieren. 6 bis 7. Da kann ich... Ja, mich nicht häufig teleportieren. Dann bin ich auch schon blank. So. Ein paar Quests abgegeben. Und kurz vor Level 8. Wenn ich hier noch irgendwas abgeben kann. Bei Jinwario. Hast du nicht gesehen? So. Hier ist ein Feuer zum Reparieren. Kann ich auch mal wieder ausprobieren. Das kostet ja anscheinend gar nichts, oder? Verwendet... Oh. Trainings-Reparaturen-Werkzeugen. Moment mal. Und... Das... Benutzt dies in der Nähe eines Lagerfeuers. Das war doof. Ich habe das jetzt verwendet, obwohl meine Waffe fast in Ordnung war. Okay. Und damit beende ich diese Folge auch. Schön langsam wird was aus meinem kleinen Kollegen hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich bin jetzt mal. Oh.